Mega toll, hier in Holzwiesern zu bestreiten, mein erster LIT zu bestreiten. Der Platz ist in gutem Zustand, es macht sehr Freude, hier auch von nahe zu Hause zu spielen. Es ist wirklich toll, es ist toll, auch die Leute, die helfen, es ist unglaublich organisiert. Es ist einfach ein LIT.